Ich freue mich sehr, heute mit Tobias Kroll zu sprechen. Sie sind bei der CDU, ich glaube, Sie sind auch, wie heißt das, jugendpolitischer Sprecher oder wie heißt das bei der CDU? Genau, ich bin seit 2016 Mitglied des Landtages und bin da unter anderem Kinder-Jugendpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion. Also ich freue mich sehr, dass wir heute ins Gespräch kommen und starte mal gleich mit der etwas schwierigeren Frage, wie es denn überhaupt aussieht bei uns mit, wenn ich so auf die Jugendlichen gucke, was haben die so für Einstellungen? Also ich merke so, wenn es um Geld geht für Jugendpolitik, dann geht das in Ostdeutschland oder für politische Jugendbildung, dann geht das in Ostdeutschland immer ganz gut, wenn man sagt, naja, die sind alle irgendwie radikal. Also das Thema Rechtsextreme, das zieht immer noch ganz gut. Ist das noch aktuell? Haben wir noch ein Problem mit Rechtsextremismus oder ein Problem, wenn Sie auf die Vielfalt der Jugendlichen gucken, ein Problem, dass man vielleicht Vielfalt nicht akzeptieren kann? Also gibt es da Besonderheiten in dem, was Einstellungen junger Menschen in Ostdeutschland betrifft? Ich glaube, wir haben, so wie man schlecht von dem Menschen sprechen kann, kann man auch schlecht von dem Jugendlichen sprechen. Wir haben ja diese unterschiedliche Strukturen auch in Ostdeutschland, auch in Sachsen-Anhalt und wir müssen da, glaube ich, ganz massiv unterscheiden, wie sich die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen in Städten darstellt und in ländlichen Regionen. Und da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn man sich jetzt das Jugendliche Programm des Landes Sachsen-Anhalt anschaut, wo Jugendliche mitgearbeitet haben, ist da zum Beispiel Mobilität ein Riesenthema. Und eine ganz große Frage, die man immer hat, wie kann man denn noch Jugendarbeit tatsächlich finanzieren und wie kann man auch die Interessen von Jugendlichen bei Haushaltsberatung unterbringen? Das ist immer eine Herausforderung, für die auch ich stehe. Jetzt trotzdem bleibt ja, ich bleibe nochmal bei meiner ersten Frage, wenn man jetzt guckt, Sie sagen, es gibt Unterschiede im ländlichen Raum und in der Stadt. Jetzt haben wir das, tatsächlich kriege ich immer so, also wenn ich im Bundeskontext unterwegs bin, wird immer gesagt, oh, du machst politische Jugendbildung in Ostdeutschland. Ja, das ist toll, die brauchen das, die Jugendlichen. Ja, ich karikiere ein bisschen. Ist das tatsächlich so, dass wir noch andere Einstellungen aus Deutschland haben und würde das jetzt, wenn ich das mal zu Ende denke, Ihren Raum heißen, dass vielleicht mehr Menschen potenziell rechtsextreme sind im ländlichen Raum, weil es kein ÖPNV gibt? Oder wie funktioniert das? Oder ist es vielleicht wirklich kein Thema mehr und eine Fremdsicht? Also ich glaube, was Jugendliche im Osten unterscheidet, ist die Frage von Verlusten. In den Familien gibt es häufig die Erfahrung von Verlusten, von beruflicher Perspektive, von zerbrochenen und gebrochenen Biografien und daher ist immer so eine Angst, eine größere Verlustangst, wird mir das mal besser gehen? Was kann möglicherweise auch noch in der Familie passieren? Und diese Ängste sind im Osten, glaube ich, größer, als es vielleicht in den Ländern mit Geborgsspuren der Fall ist an der Stelle. Und ich würde jetzt nicht pauschalisieren wollen, dass es vor uns mehr Radikale gibt, aber bei uns haben wir einfach ein weitaus größeres Potenzial, was die Bereitschaft angeht, neue Parteien zu wählen, Protestparteien zu wählen, weil wir einfach keine dermaßige Verankerung von Parteien in dem gesellschaftlichen Leben haben, wie das in den alten Bundesländern der Fall ist. Okay, danke erstmal für diesen Anfang. Jetzt haben Sie selbst gesagt, Jugendpolitisches Programm, Sachsen-Anhalt hat sich ja auf den Weg gemacht, hat eins erstellt, das ist relativ frisch veröffentlicht, da haben sich auch Jugendliche beteiligen können. Haben Sie den Eindruck, das war jetzt eine Ausnahme, dass sich Jugendliche da beteiligen konnten oder konnten sie sich überhaupt ausreichend beteiligen? Oder wie sieht es überhaupt mit Partizipation aus? Also den Ansatz, den wir diesmal hatten beim Programm, waren andere als sonst. Das heißt, es gab erstmalig eine aktive Beteiligung, auch bei der Arbeit mit dem Kinder- und Jugendbericht des Landes Sachsen-Anhalt, wo das Jugendliche Programm ja auch sozusagen ein Ausfluss des Ganzen an der Stelle ist. Und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist tatsächlich ein Riesenproblem aus verschiedenen Aspekten heraus. Das eine ist, wenn Sie als Kinder oder als Jugendlicher sich irgendwo beteiligen, erwarten Sie relativ schnell Ergebnisse. Und Politik kann mit der Geschwindigkeit der Erwartungshaltung häufig nicht mithalten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich vor allem auf der kommunalen Ebene konzentriert, was Kinder- und Jugendbeteiligung angeht, weil die dort das viel unmittelbarer erleben und schneller auch Erfolge sehen von dem, was sie vorhanden, ob das passiert oder ob das nicht passiert. Von daher haben wir uns auf den Weg gemacht, aber es gibt immer bessere Möglichkeiten. Leider auch Corona-bedingt hat das auch vieles im Online-Verfahren stattgefunden. Da hätte ich mir auch meine Möglichkeit tatsächlich gewünscht, dass Kinder und Jugendliche auch miteinander in Kontakt kommen, aus allen Landesteilen und nicht nur mal sozusagen ihrer spezifischen Gemeinschaft aus ihrem Dorf, aus ihrem Landkreis. Und dass man tatsächlich da auch mal genauso erlebt, wie es im Mannsfeld-Südharz mit Jugendlichen ist, als auch zum Beispiel im Landkreis Stendahl oder aus Magdeburg. Ich glaube, das ist noch ein Manko, was das nächste Mal näher angehen müssen. Was finden Sie denn im jugendpolitischen Programm vielleicht das beeindruckend? Oder wo sagen Sie, das ist wirklich das, was für mich überraschend war und was wir jetzt wirklich umsetzen müssten in der nächsten Legislatur? Diese Frage stimmt offene Gesellschaft, das Thema Umwelt und das Thema Mobilität. Das sind also die drei prägenden Themen aus meiner Sicht, waren die da aufgegriffen worden sind und dass die Kinder und Jugendlichen tatsächlich mit realistischen Forderungen gekommen sind und nicht irgendwelche Traumschlösser oder Ähnliches formuliert haben, sondern eigentlich alles Forderungen aufgemacht worden sind, die nachvollziehbar sind. Zum Beispiel was Verkehre angeht, aber genauso vorantreiben von Digitalisierung in Bildungseinrichtungen und in Freizeit-Einrichtungen bis hin zur Frage, wie sieht es eigentlich mit der Breitbandversorgung aus in den ländlichen Regionen, weil man kann über vieles diskutieren, über Telemedizin, über Teleunterricht, aber wenn die Breitband nicht mehr ausreicht, um irgendwas runterzuladen, wird das schwierig. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass Sie in der Kommune, man muss in der Kommune Beteiligung machen, da gab es ja einige Veränderungen in der letzten Legislatur. Aber sind das deutliche Weichenstellungen oder ist das erst ein Anfang? Also wir haben das Kommune-Verfassungsgesetz an der Stelle auch angefasst. Das durfte ich mitverhandeln. Ich bin auch kommunalpolitischer Sprecher meiner Fraktion. Wir haben da eine Sollbestimmung, das heißt, wir sollen beteiligen. Leider nutzen noch nicht alle Kommunen das dermaßen, wie ich es mir persönlich gewünscht hätte, weil es immer noch ein Stück weit Vorbehalte gibt. Da müssen wir sie noch mal ein bisschen nachschärfen an der Stelle. Es gibt Beispielkommunen, es gibt auch das Projekt Jugend und Kommune, was vom Land mit unterstützt wird, wo Kommunen unterstützt werden, sich auf den Weg machen. Aber ich glaube, man muss auf kommunaler Ebene den Kindern und Jugendlichen auch noch mehr zutrauen, als das bisher der Fall ist. Sie sind ja auch Teil der Landesregierung gewesen und es gibt ja immer Kritik an dem, wie gut ausgestattet oder wie Förderung funktioniert von Jugendarbeit im Land und Jugendbildung. Also tatsächlich überrascht mich das ja immer noch, dass es Träger gibt, die nach wie vor zum Ende des Jahres Verträge kündigen oder Jugendmitarbeiter, die mit zwei Jahresverträgen arbeiten etc. Das sind ja tatsächlich keine einfachen Beschäftigungsverhältnisse. Andererseits ist es natürlich eigentlich Sache der Kommunen und oft hängt das an Landesfinanzierung und vielleicht sollte das ja gar nicht so sein, dass das an der Landesfinanzierung hängt. Oder wie sieht das aus? Haben wir genug Geld im System Jugendbildung, im System Jugendpolitik oder müssten wir eigentlich mehr Geld reinstecken? Oder könnten wir es irgendwie viel effizienter gestalten, dass es mit demselben Geld vielleicht mehr zu erreichen wäre? Also ich würde mir erst mal wünschen, dass alle Kommunen Kinder- und Jugendarbeit auch so wertschätzen, dass sie tatsächlich Geld investieren. Und gerade was wir als Landesmittelzeiten, manche Gemeinde, manche Landkreis stockt das noch auf, finanziert zusätzliche Stellen. Und mancher sagt, na das muss jetzt reichen. Es ist zwar eine Pflichtaufgabe, aber der Umfang ist definiert, nicht definiert, also war es möglichst schlank. Das halte ich grundsätzlich für einen Fehler an der Stelle. Man kann sich immer mehr Geld wünschen, aber gerade als Teil einer regierungstragenden Fraktion, Geldmittel sind begrenzt und deswegen muss man abwägen, wo man jetzt bestimmte Finanzierungen auch ermöglicht. Ich persönlich würde mir mehr Geld wünschen, sehe aber, dass ich da auch wieder am Kampf ausfechten muss. Und da will ich auch ganz ehrlich sein, wir wissen nicht, wie die öffentliche Haushalte nach 2022 aussehen. Und da wird der Erhaltungsstatus quo schon ein entsprechender Kampf tatsächlich sein wegen Haushaltsberatungen. Deswegen, ja, ich wünsche mir mehr Geld, ist ja aber auch die tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten des Landes und will deswegen auch keine falschen Versprechungen machen. Finden Sie, dass die Mittel jetzt sinnvoll ausgegeben werden? Es gibt ja diesen Quotienten, der versucht, nach Anteil von Jugendlichen Geld auszugeben, wo wiederum die Kritik aus dem ländlichen Raum kommt, dass in Städte deutlich mehr Geld fließt als im ländlichen Räumen, obwohl da die Bedingungen viel schlechter sind. Ist das so eine gute Lösung oder müsste man da was anfassen? Mein Wahlkreis liegt ja in Magdeburg. Und ich könnte jetzt sagen, natürlich müsste ich pro Kopfmittel als entscheidender, entscheidende Faktor sein. Ich sehe aber tatsächlich, dass wir noch einen Flächenfaktor hinzufügen müssen bei der Berechnung, um das auszugleichen, nämlich Mobilität im Mansfeld-Südharz oder in den Burgenlandkreisen anderes, als es in Magdeburg der Fall ist. Und von daher werden wir, wenn wir das Gesetz in der nächsten Malperiode anfassen, uns tatsächlich auch über den Flächenfaktor unterhalten müssen, um dem gerecht zu werden. Jetzt sind wir immer wieder schon beim Thema Umwelt und Mobilität gelandet. Also ich fasse das mal zusammen. Gibt es da Überlegungen, wie man Mobilität ganz anders organisieren kann? Sie haben ja gesagt, das war bei dem jugendpolitischen Programm für Sie ein wichtiger Punkt. Und wir können ja wahrscheinlich für die ländlichen Räume, es ist ja nicht sinnvoll, irgendwie Züge und Busse permanent leer fahren zu lassen. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, wie man Mobilität so organisieren kann, dass Jugendliche auch im ländlichen Raum ohne Moped zur Disco kommen? Also tatsächlich setze ich da auch vor Ort Lösungen. Es gibt unterschiedliche Bürgerbusmodelle schon. Und ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, vor Ort die Mobilität auch zu gewährleisten, unabhängig von irgendwelchen Fahrgemeinschaften. Und dass man vielleicht, wenn man an den Eltern auch gefahren wird, dass der Jugendliche ja nicht unbedingt angenehm ist, wenn die Elternteile irgendwo einen hinbringen müssen und ähnliches mehr. Aber mit Halblehren und großen Bussen zu fahren, das macht keinen Sinn. Deswegen muss man auch über kleinere Fahrzeuge nachdenken, die in den Fuhrparks aufgenommen werden müssen. Und auch die Frage stellen, wie kann man Bürgerbusse zum Beispiel sagen, Sie sind jetzt Rentner, Sie möchten vielleicht eine Kleinigkeit dazu verdienen. Wir stellen hier den Bus. Und dann kann man für relativ günstiges Geld Mobilität in den Raum auch gewährleisten. Jetzt ist natürlich die Frage, wir sind im demografischen Wandel. Haben wir in Sachsen-Anhalt immer in der Situation, dass wir nicht mehr massive Abwanderungen haben, sondern Abwanderungen und Zuwanderungen halbwegs ausgeglichen sind. Aber wir ja immer noch Bevölkerung verlieren, weil uns quasi die älteren Generationen fehlen aus den letzten Jahren. Und es führt natürlich dazu, dass wir eine Vergleichsweise, also wenn man so guckt, wahrscheinlich die größte Überalterung und also die geringste Anteil von Jugendlichen in der Bevölkerung haben. Also ich merke, dass wenn in Wittenberg ein Beteiligungsforum stattfindet und ich da hingehe, dann ist es so, dass ich als Mann noch nicht auffalle. Wenn ich auch noch Frau wäre, dann würde ich deutlich auffallen, weil das sind in der Regel männliche Rentner, die an diesen Foren teilnehmen. Und da würde ich auch als Jugendlicher ehrlicherweise nicht hingehen. Und das kann ich auch keinem Jugendlichen empfehlen. Die würden ja gnadenlos untergehen und hätten auch, wenn sie groß mobilisieren, wahrscheinlich keine Chance, das auszugleichen. Gibt es da Ideen, wie man da Jugend nochmal stärkt und ihnen irgendwie neue Beteiligungsmöglichkeiten einräumt in einer Gesellschaft, die immer älter wird oder wo Ältere immer eben noch über lange Zeit zumindest in einer deutlichen Mehrheit sind? Also wir haben in Sachsen halt ja so knappe 2,2 Millionen Einwohner noch. Davon sind etwas mehr als 320.000, glaube ich, nur unter 18-Jährige. Man merkt also tatsächlich, dass wir mit das älteste Bundesland sind, was die reine Statistik angeht. Und Kinder und Jugendliche müssen einfach andere Möglichkeiten finden, im Rahmen von Jugendbeiräten ähnliches mehr ihre Interessen vorzutragen. Weil das kennen wir alle aus Vereinen, das kenne ich ein Stück weit auch aus Partei. Wenn man als junger Mensch irgendwo hinkommt und versucht, sein Meinungsbild dort vorzutragen, hat man häufig den Eindruck, dass die Leute schon länger mit dabei sind, sagt, das haben wir alle schon diskutiert. Das müssen wir jetzt nicht nochmal machen, das interessiert doch hier keinen. Und deswegen braucht man tatsächlich eigene kleine Gremien, die auch direkt jemandem im Rat das Informationsrecht haben und das Rederecht, wenn das möglich ist, um einfach ihre Belange direkt vor Ort vorzutragen, wo tatsächlich Kinder und Jugendliche allein sich mein Meinungsbild entwickeln können, ohne dass sozusagen von älteren oder lebenserfahrenen reinregiert wird. Mir sind aber diese Gremien natürlich immer sehr voraussetzungsreich. Wir stellen ja fest, dass tatsächlich in den letzten Jahren in einigen Kommunen sich Gremien gebildet haben, auch welche, wenn es an Multistausee denkt, die durchaus überregional gesehen werden und an Bedeutung haben. Aber wenn ich jetzt mal in der Praxis gucke, ist das natürlich eine sehr formale Geschichte. Und es hängt am Ende, also gerade wenn ich nach Multistausee gucke, natürlich extrem auch an den Bürgermeister, der das eben forciert und unterstützt und vorantreibt. Und dann auch bis dahin, dass er einen Sozialarbeiter organisiert hat, der das mit begleitet in ähnliche Dinge. Ist das ausreichend, wenn man sagt, wir haben solche Beiräte und Strukturen? Also ich glaube sozusagen, Jugendliche können das nicht selbst organisieren. Dann müssten wir das irgendwie nochmal in eine Form bringen. Reicht das, was da jetzt in der Kommunalverfassung steht? Oder bräuchte es da nochmal vom Land eine stärkere Unterstützung? Oder kann man da Forderung stellen? Oder wie können Jugendliche sich beteiligen? Also ich stelle mir den Jugendlichen jetzt vor, der hier in der Schule sitzt und sagt, der Radweg von meiner Schule ist schlecht, der wird jetzt keinen Beirat gründen. Der wird garantiert keinen Beirat gründen, weil er wahrscheinlich bevor der Radweg oder der Gehweg vor seiner Schule fertig ist, die Schule wahrscheinlich schon abgeschlossen hat. Und wenn es ganz schlecht läuft, wahrscheinlich auch schon nach seiner Hofsausbildung oder sein Studium im Zweifelsfall. Und da müssen dann einfach auch Möglichkeiten geschaffen werden, wie man in die kommunalen Gremien rein kommuniziert, sprich auch die Bürgersprechstunde und Ähnliches mehr nutzt. Ich glaube, das ist ein Instrument, das noch nicht in dem Umfang genutzt wird, wie es genutzt werden sollte, dass die Probleme auch direkt in den Rat und in die Verwaltung reingetragen werden, weil gerade diese Beiräte und Strukturen auch viele Kinder und Jugendliche ein Stück weit abschrecken, weil sie durch diese Formalien auch geprägt sind. Natürlich gibt es immer Leuchtturmprojekte, aber der Anspruch muss ja sein, dass Kinder und Jugendliche sich im gesamten Land beteiligen und nicht nur in den Gemeinden, die als Leuchttürme an der Stelle fungieren. Jetzt hatten Sie vorhin das Thema Umwelt. Ich vermute mal, Sie haben auch da, im jugendpolitischen Programm geht es ja auch um Klimawandel. Das ist ja schon eine Sorge vieler junger Menschen. Sind wir da in Sachsen-Anhalt schon gut aufgestellt? Wir haben Fridays for Future vor allem in den Städten gehabt, ein bisschen in Dessau, Mittenberg gab es auch eine Gruppe. Reicht das, was es da an Bewegung gibt? Gibt es irgendwelche Konzepte, wie Sachsen-Anhalt sich fit macht für den Klimawandel? Oder ist die Sorge der Jugendlichen vielleicht auch übertrieben? Ich glaube nicht, dass die Sorge der Jugendlichen an der Stelle übertrieben ist, weil wir natürlich das ertragen müssen und dann erleiden müssen, was vielleicht unsere Generation und die Vorgängengeneration auch ein Stück weit Unkenntnis mit auf den Weg gebracht haben. Aber ich glaube, dass es mehr bedarf als Fridays for Future und Ähnliches mehr, sondern es muss in den breitpolitischen Raum getragen werden. Und mein Eindruck ist schon, dass das Thema Klima und Umwelt jetzt auch von solcher großer gesellschaftlicher Relevanz inzwischen ist, dass das Thema auch durchträgt. Natürlich, Impulse von außen an der Stelle sind immer gut, aber es ist, glaube ich, gesellschaftlicher Konsens mit wenigen Ausnahmen, dass man Wetter nicht mit Klima wechseln soll und dass man sich tatsächlich des Themas Klimas annehmen muss. Und wir sind ein Stück weit auch noch Agrarland. Und wenn man sich jetzt mal den Bereich Harz anguckt, was die Wälder angeht, da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Initiativen. Die Frage an der Stelle ist tatsächlich auch, wie wir die Finanzierung an dieser Stelle dauerhaft sicherstellen können und die Umgestaltung nicht zulasten einer bestimmten Berufsgruppe durchführen, sondern tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich die Verantwortung dort wahrnehmen. Also ein Ausspielen von Ökologie gegen Ökonomie zum Beispiel gegen die Bauernschaft, das wird nicht funktionieren auf Dauer. Jetzt haben wir schon mehrfach über Corona geredet, auch gesagt, wir haben vielleicht später kein Geld mehr. Was außer dem Geld gibt es denn noch, wo Sie sagen, da hat Corona irgendwie wie ein Brennglas funktioniert und hat Dinge, Defizite deutlich gemacht oder vielleicht auch Potenziale gezeigt? Fangen wir mal mit dem Negativen an. Ich bin Vater von zwei schulpflichtigen Kindern und habe am eigenen Leib sozusagen spüren dürfen, wie weit wir in der Digitalisierung im Schulbereich sind. Besser gesagt, wie weit wir nicht in diesem Bereich sind, weil das Spektrum war von E-Mail, die Kinder sollen bitte das und das lesen, bis zu gemeinsamen Videokonferenzen und Musikstück aufzuführen. Und ich glaube, das hat ganz ehrlich gemacht, wo wir da Defizite haben, wo wir auch nicht nur in der technischen Ausstattung Defizite haben, sondern wo wir auch bei den Lehrkräften Defizite haben, weil die einfach mit diesem Medium Fernunterricht und den technischen Möglichkeiten nicht vertraut waren. Und das hat ein Stück weit auch zu lange gedauert, bis da auch die ersten Regelungen gab. Das war das, was ich negativ wahrgenommen habe. Was ich aber positiv wahrnehme, ist diese Wertschätzung innerhalb der Schulen wieder jetzt, wo die Schulen wieder begonnen haben, wo sich die Schülerinnen und Schüler auch wieder treffen. Dass es einfach ein Stück weit neues Miteinander gibt, weil man gemerkt hat, dass es den einzelnen Menschen auch einfach fehlt, diese Interaktion, dieses soziale Lernumfeld. Und dass da ein Stück weit jetzt mehr Rücksicht aufeinander genommen wird, als es vielleicht vorher der Fall war. Und wenn wir etwas daraus gelernt haben, ist das Bildung, wie wir es bis jetzt immer wieder praktiziert haben, vieles Positives hat, aber auch die neuen Chancen, die sich aus Digitalisierung ergeben, tatsächlich auch nutzen können. Aber dazu bedarf es auch Lehrkräften, die dazu bereit sind und auch der Bereitschaft des Staates, den Schülerinnen und Schülern zu helfen, die nicht die technische Ausstattung zu Hause haben. Gerade weil Sie das Thema Digitalisierung ansprechen, verschlafen wir das nicht immer noch? Also ich meine, es ist jetzt nicht nur, dass das Land auch ein bisschen in Breitband investiert und was macht, aber wenn ich gucke, dass es immer noch Orte gibt, die gerade angeschlossen werden, zumindest erst mal an, wo es gerade ein bisschen mehr ISGN oder Satelliten-TV gibt und das Kabel-Internet für die Dörfer immer noch nicht überall da ist, müsste da nicht dringend viel mehr getan werden? Es wurde ja schon einiges auf den Weg gebracht. Auch meine Fraktion hat ja zum Beispiel den Funklochfinder durchgeführt, um mal auf dieses Problem ein Stück weit einzugehen. Schlussendlich werden die Defizite, die immer noch bestehen in der Breitbandversorgung, jetzt stückweise abgebaut. Wir haben jetzt aber einfach das Problem, dass die großen anbieter irgendwie noch ein Stück weit rechnet, plötzlich in die Lücken reinspringen und dadurch Planungen für die kommunalen Träger, die sich da entsprechend engagiert haben, ein Stück weit zum Hintertreffen raten wir jetzt nur noch die defizitären Versorgungsgebiete für uns bleiben, aber wir haben da als Land auch schon Geld auf den eingestellt und auf den Weg gebracht, dass wir tatsächlich eine Breitbandversorgung hinbekommen. Deswegen Breitband an jeder Milchkanne ist ein schöner Gespruch, den man schon öfters gehört hat, aber es ist tatsächlich auch der Bedarf, weil da ja nicht nur das Thema Digitalisierung wirklich in den Jugendlichen hängt, sondern auch das Thema Telemedizin zum Beispiel, weil ich brauche jetzt nicht anfangen, eine Telesprechstunde anzubieten mit dem Arzt, wenn er nur sehr ruckelig überhaupt mitbekommt, was eine Patientin von ihm will. Also wir haben Defizite, ja, aber wir haben schon ein Stück weit abgebaut, aber es wird uns garantiert in den letzten drei bis fünf Jahren noch intensiv begleiten. Und dann müssen wir uns auch darüber unterhalten, nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch, wie würden wir denn diese technische Ausstattung, die vorhandene Breitwand dann auch nutzen. Und ich glaube, über diese Inhalte werden wir uns noch sehr intensiv unterhalten müssen. Ich habe jetzt schon wieder am Defizit festgegangen. Ich halte noch mal fest, Sie haben gesagt, das Gute an Corona war auch, dass es mehr Gemeinschaft gab und man zusammengehalten hat. Und ich würde jetzt so als vorletzte Frage auch mal noch mal eine Frage, die eher ins Positive geht. Wenn Sie jetzt mal in die Nachbarbundesländer gucken, wir sind ja ein Projekt, was Ostdeutschland guckt, also nach Brandenburg oder Thüringen oder Sachsen oder von mir ist auch Mecklenburg-Vorpommern. Gibt es da, was jetzt Jugendliche oder Jugendpolitik betrifft, irgendetwas, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich in Sachsen-Anhalt auch gerne? Also sind ja im Austausch als zuständigen Sprecher. Und ich glaube, die Situation in den Bundesländern ist da auch relativ unterschiedlich an mancher Stelle. und deswegen gibt es, glaube ich, keins, was mir jetzt unbedingt herausziehen würde, was ich jetzt gerne generell einführen möchte. Aber es gibt so einzelne Projekte, wo ich auch sehe, dass die Kinder- und Jugendbeteiligung ein Stück weit besser funktioniert als in Sachsen-Anhalt. Okay, also Sie würden sagen, in Sachsen lohnt es sich, weil es da einzelne Beispiele gibt? Es gibt in Sachsen schöne Beispiele, es hängt aber natürlich auch mal auch davon ab, wie die Zusammenarbeit zwischen der Regierung, dem Landtag und auch den Trägern vor Ort ist, wie da gemeinsam auch Interessen formuliert werden. Da sehe ich zumindest in Sachsen-Anhalt immer einen sehr engen Dialog zwischen dem Kinder- und Jugendbeteiligung in Sachsen-Anhalt zum Beispiel und auch meiner Person. Wie würden Sie die Situation von jungen Menschen in Ostdeutschland heute einschätzen? Das bitte in 45 Sekunden. Ich würde einfach mal sagen, es gibt viel Raum für die eigenen Ideen in Sachsen-Anhalt und im Gesamt-Ostdeutschland und viel Potenzial, um eigene Ideen auch zu verwirklichen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017